Na schau, na schau, na schau. Perfekt. Ah, da haben wir genug Geld. Da haben wir wirklich genug dann für das neue Auto. Genug. Also es kostet 300. Dann sind wir los. Ui, ist sie ausgegangen. Bist du narrisch, dass sie das ausgegangen ist. Und dann heißt es nur noch, nachts, die Polizei muss noch kommen. Und dann gibt es Fickerei des Todes. Da müssen wir unbedingt, da müssen wir unbedingt schauen, dass wir 22 werden. Hafendrift. Wieder driften. Scheiße. Fuck. Aber noch gut. Ja, dann folgen wir dir mal wieder. Der will wieder dance und nutzen. Alter, wenn den es nutzen, der erfreut hat, wird's chili. Ah, jetzt werden wir wahrscheinlich wieder diese engen Kanten haben, da beim Hafen. Wunderbar. Wie lange bist du schon in der Stadt? Ein paar Jahre. Ich hab früher in Aspen gelebt. Bist du da auch gefahren? Ja. Allerdings Snowboard. Slope-Style. Bis mein Knie nicht mehr mitgemacht hat. Oh, scheiße. Naja, ich fahr hier zwar keine Kurven im Schnee, aber es ist verdammt nah dran. Vor allem seitdem du mich so antreibst. Das klingt, als wäre das hier ein Wettkampf zwischen uns. Ist es ihr auch? Aber wieder den nächsten Rivalen. Ich sehe, dass er uns wenigstens so sieht. Wiegt der vorne rechts ab? Äh, ah ja. Okay. Oder... Gleich geht's rechts ab. Ja, rechts. Okay, ja. Passt. Wir sind da ab. Da vorne geht's links ab. Ah, klein mal umfallen. Jawoll. Da musste ich extra rein fahren. Da gibt Gas. Da gibt. Guck. Gib du mir, oder? Wegen mir passt der oder nicht? Oder wir holen die nur mal beim Gas gehen, oder? Digi. Bei mir passt der oder nicht drauf aufpassen, gell? Ich bin gespannt, ob das auch für dich gilt. Oh, da ist es wieder die gleiche Strecke. Ist es die gleiche Strecke, was wir jetzt vorgebracht haben? Ich glaube schon. Es schaut schon... Es hört sich so danach aus, gell? Ja, ist die gleiche. Es ist sowas von die gleiche. Nicht schlecht, aber ich weiß, du kannst es besser. Eieieiei, das könnten wir entweder wieder verkacken. Vielleicht haben wir einen Klick gehabt. Vielleicht haben wir einen schönen Klick gehabt. Beim ersten Mal, aber brauchen wir nur mal. 10 bei der ersten 110 ist perfekt. Ah, da habe ich schon verkackt. Okay, und was hast du noch drauf? Ich glaube, das müssen wir vielleicht wiederholen. Wie ich das jetzt voll drauf stück, gell? Damit ich da besser freaks kann. Gell mal. Ja, 10 haben wir schon noch mal. Das ist gut. Am besten wäre 15, aber was soll's. Also, das holen wir schon noch ein. Okay, das holen wir schon mal ein. Mit dem Bikes? Kommt er. Kommt er. Gut, das wäre jetzt gut. Ja. Ja, ideal. Ideal. Alter, wir haben noch eine ganze Runde. Biggie. Kommt er nicht schwach? Können wir jetzt nur noch die 30 erreichen? Dann schaffen wir's locker. Dann schaffen wir's. Na, scheiße. Ah, die Kuchen aber nicht. Das kann eine knappe Geschichte werden. Das sag ich euch jetzt. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird's eine knappe Geschichte. Fuck. immerhin, 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 immerhin. Wir dürfen nicht wieder die letzte Kurve verkacken. Nein, wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Sollten wir's schaffen jetzt. Ja, wir haben's. Perfekt. Ziell erreicht. Nice. Haben wir alles drin. Perfekt. Ha. Ja, kurzer, 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 und geschafft. Kurz, aber knackig. Gott sei Dank. Oh, da bin ich jetzt aber gespannt, was Neues. Am besten wäre es so richtig geil, wenn wir dann so Sexfahrer sind, und du musst aber auch noch dazu noch driften, und es ist saue eng. Und wer erster und die meisten Punkte...